Ich habe eure Macht zu nutzen, und wir fehlen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, ich will nicht. Ich will nicht. Was ich denn jetzt habe? Warum? Na, das hat eine Giganten-Besserträger. Warum? Das hat eine Giganten-Besserträger. Oh, ich will nicht. Was? 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 Was sind das für kurze Rechte? Wie ist das? Er ist auch falsch gelaufen. Was? 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 Ich gehe jetzt alles auf. Also kann ich mich alles so schnell nehmen. Was? 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 Ja. Ich habe gar nix gemacht. codeswut des Das war's für heute. Nicht so schüchtern. Ein Schnäppchen. Kommt bald wieder. Ein Schnäppchen. Was? Das hatte ich dabei. Das Schicksal ist euch neu. Bis bald. Bis bald. Ein Schnäppchen. Das ist doch nett. 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 Sein guter Treffer! Sein guter Treffer! Ich bin jetzt nicht wieder bereit. 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 Das ist nicht möglich. Ich bin jetzt nicht wieder bereit. Ich bin jetzt nicht wieder bereit. Ich bin jetzt wieder bereit. Ich bin jetzt wieder bereit. Ich bin jetzt nicht wieder bereit. Ich bin jetzt 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 bereit. Also wenn ich jetzt hier bin. Ich bin jetzt wieder bereit. Ich bin jetzt professionellen. Die Gatter werden mir in den Mund nicht wieder behalten. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Und da war's für heute. Das war's für heute. Meine Macht wächst. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Machst du? Ich habe gute Fortschritte gemacht. Mein Meister wäre stolz. Ich habe gerade einen Trick. Ich hab den Kopf. Ich gebe die Aufmerksamkeit. Ich habe das Video verlassen. Ich habe das Video zurück. Ich habe die Rede mitfüllen. Ich habe das Video gesehen. Auf dieses Wissen habe ich lange gewandt. Du? Ja. Hast du gesagt? Ja. Vor allem, bloß 8.800 Schaden. Hast du auch 50? Ich habe zwei. Ja, zwei Stücke. Das ist ja voll cool, das mit dem... Fluch belegen, glaube ich, die Waffel. Also, wo die verfluchte Sense den Fluch verteilt. Das ist immer so krass. Also, wir machen das jetzt gut. Das machen wir jetzt gerade hier. Also, ich bin ganz vorsichtig. Das machen wir jetzt bei dieser Maschine, ne? Das können wir jetzt gleich rausfinden. Mhm. Wo ist sie? Ja. Ich auch gerade. Ich habe ja noch nicht mehr Vitalität. 6.000 Vitalität. Von 100 auf 6.000. Und jetzt hier. Drei. Hahaha. Guck mal. Das mache ich jetzt. Entschuldigung. Das hat so viel zu tun. Siehst du? 311.000. Schaden. 9.000 Schaden. Lassen wir mal ein. Hahaha. Ach. Macht euch weiter. Nein, dann ist das gelockt oder was? Was machst du hier erst mal rein? Nixerlohn. Nixerlohn So, jetzt mal ein... Verstellen... Kann auch nicht hoch. So, was kommt hier hin? Ach, der ist hoch. Verstellen ein... DT Best DT Best DT Best DT Best DT Best DT Ah, ich hab gleich deine Aura in einem starken Beben rausgeführt. Eure Schwäcke sind offenbar! Was ist das für mich? Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so machen kann. Ich hab gar nix gemacht, meine Wellen sind nicht. Ich hab auch zwei. Oder du sind ja die Kleinen, oder? Bei dir, ja. Bei dir auch. Bei mir? Ja, bei 6. Achso, bei 6. Ja, war witzig. Aber warum gleich 2? Da brauchen wir ja nur 3 Stück pro 4. Gibt Mats? Kann man nicht schon mal kurz machen, oder muss man die alle aufheben? Wosenerfolg. Ja. 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 Ja.